Hallo Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, denn heute bin ich und gehe ich zum Chinatown auf Hawaii. Und ja, da nehme ich euch auf jeden Fall ein bisschen mit. Hinter mir seht ihr das schon mal so ein bisschen. Hier sind zwei Löwen. Das zeigt Chinatown aus und wir gehen mal weiter. Bye! Ja Leute, ich muss jetzt einfach kurz ein kleines Voice-Over machen. Also da zeige ich halt eine Antiquitätenladen. Sieht halt mal null so aus. Aber egal. Auf jeden Fall wollten wir da eigentlich rein, aber der war halt geschlossen und der ist halt nur sonntags auf. Und es war halt wie Sonntag und daher konnten wir nicht rein. So Leute, wir sind jetzt in dieser Straße und ich zeig euch das hier mal, wie das hier aussieht. Das ist richtig schön hier. Ich sag, ihr seid irgendwie mir in meinem Video richtig schön. Das ist jetzt einfach mal egal. Ich zeig's euch. Leute, wir haben uns jetzt Essen bestellt. So für Mittag. Ich brauche Breakfast, aber egal. Und wir sind jetzt hier in so einem kleinen Food-Korn. Und ja, ich zeig euch das gleich mal. Leute, das ist mein Essen mit Butter, Mango und Honig. Oh mein Gott! Und ja, wir können hier Nacht picked! Leute, wir gehen jetzt gleich zu dem Markt, der auch eine sehr beliebte Marke ist, und zwar der Ohau Marke, der ist sehr beliebt in Chinatown. Da gehen wir auch gleich mal hin, aber zuerst gehen wir noch zu einem anderen Markt, gucken uns den auch mal an. Natürlich nehmt euch da wieder mit. Leute, wir haben das Tor gefunden. Wir haben nicht nur den Markt gefunden, wir sind jetzt auch noch fürs Tor, da gehen wir jetzt auch noch hin. So Leute, wir haben jetzt einen kleinen Abstecher bei diesen Toren gemacht, und gehen jetzt zu diesem Oharu, Ohana, keine Ahnung gerade wie der heißt, aber zu diesem Markt auf jeden Fall. Und ja, das machen wir jetzt. So Leute, wir sind jetzt im Oharu Marke und ich glaube ihr seht mich jetzt zum ersten Mal in diesem Video ohne Sonne oder so. 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 So.